Die Vorstellung Ja, hallo, mein Name ist Alexander Frey, ich bin aktuell Bürgermeister hier in Leimen, bin verheiratet und fast 60 Jahre alt, habe ein Kind und einen Enkel. Beruflich bin ich tätig in der Firma FSE Computer in Pirmasens, bin ich der Geschäftsführer und das Ganze mache ich jetzt insgesamt schon über 30 Jahre. Warum möchten Sie jetzt Verbandsgemeinde Bürgermeister werden? Ja, ich habe vor über 13 Jahren angefangen, mich für die Politik hier im Dorf zu interessieren und bin damals in den Gemeinderat gewählt worden und später dann auch in den Verbandsgemeinderat. Mein Interesse hier in der Verbandsgemeinde ist eindeutig, es macht Spaß hier zu leben. Wir haben ein herrliches Waldgebiet, wir sind fast windkrafträderfrei, das soll auch so bleiben. Das ist mein Ziel, das so zu erhalten und die Verbandsgemeinde insgesamt nach vorne zu bringen. Was macht die Verbandsgemeinde Rotalben einzigartig? Ja, das Schöne an unserer Verbandsgemeinde hier in Rotalben ist, wie gesagt, wir haben ein herrliches Waldgebiet, wir haben wunderbare Wanderwege, wir haben Mountainbike-Wege, wir haben touristische Attraktionen, ob es jetzt die Burg Grevenstein ist oder ob es unsere Naturpfade hier sind, ob es die Bibermühle ist mit ihrem Kaltwasserbad. Das alles macht unsere Region hier richtig lebenswert. Wir sind nicht übervölkert. Das Einzige, was uns hier tatsächlich fehlt, sind eben entsprechende Arbeitsplätze. Insgesamt hier das Freizeitangebot, wie hier zum Beispiel in dem Biergarten hier, ist wunderschön. Und das möchte ich auch erhalten und fördern. In welchen Bereichen gibt es in der Verbandsgemeinde Handlungsbedarf? Ein Problem, was wir in der Verbandsgemeinde haben, ist das Abwandern von Arbeitsplätzen und auch das Abwandern von Industriefirmen. Beispiel in diesem Jahr sind aus Rotalben zwei größere Firmen abgewandert, die keine Fläche gefunden haben. Sie haben in Pirmasens gekauft bzw. auch komplett gebaut. Hier müssen wir natürlich ansetzen, dass wir die Arbeitsplätze in der Verbandsgemeinde halten. Ein Thema, was wir hier haben, sind natürlich unsere Schulen. Hier ist ja das Thema der Bundesregierung, dass man die kleinen Schulen eventuell zumachen möchte. Aber da muss gesagt werden, die Schülerzahlen steigen auch hier in der Verbandsgemeinde. Und hier müssen wir dranbleiben, müssen auch die Ausländer jetzt mit ins Kalkül einziehen, dass wir insgesamt unsere Schulen weitgehend durch erhalten können. Im touristischen Gebiet müssen wir hier natürlich einiges tun. Es reicht nicht, dass wir partiell einen schönen Wanderweg haben oder hier mal eine Übernachtung, da mal eine Übernachtung. Grundsätzlich fehlt hier ein Konzept über alle Gemeinden hinweg, dass die Gemeinden zusammenarbeiten, dass man eine Woche zum Beispiel auch mal anbieten kann. Eine Woche kann sein, eine Übernachtung in Rotalben, Wanderung über Klausen, Wanderung Münchweiler, Wanderung nach Leimen mit Gepäckbeförderung, auch für Ältere dann eben geeignet. Hier muss natürlich auch die Gastronomie mit einbezogen werden, dass wir entsprechende Angebote machen können. Was natürlich noch fehlt, gerade in den kleineren Gemeinden, wie jetzt in Leimen oder auch in Merzalben, sind die privaten Übernachtungen. Da gab es vor 30 Jahren mal ein Projekt. Damals wurden Wohnungen mit 5000 Mark gefördert, wenn hier entsprechend was angeschafft oder eingerichtet wurde. Vielleicht gibt es da die eine oder andere Möglichkeit, hier den Privaten wieder einen Anreiz zu bieten, dass eben wieder Wohnungen bereitgestellt werden. Wenn man sich mal umguckt, gerade in den Gemeinden stehen sehr viele Häuser leer oder sind nur noch teilbewohnt. Da könnte man vielleicht ansetzen und Ferienwohnungen oder Mietwohnungen draus machen. Ich denke, das würde unserem Tourismus insgesamt weiterhelfen. Aber wie gesagt, es muss ein gemeinsames und ein Miteinander sein. Und das geht aber auch nur, wenn sich die Bürgermeister und der Verbandsbürgermeister gemeinsam an einen Tisch setzen und gemeinsam mal an einem solchen Ziel versuchen, sich anzuarbeiten. Das ist leider in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Schulen, habe ich gesagt, das ist natürlich ein Thema für alle. Wie beim Mühler Schwimmbad ist ganz klar, sollte natürlich erhalten werden, aber nur als Kaltbad, so wie es jetzt ist. Vielleicht könnte man noch ein Kneippbecken dazu machen, das Ganze ein bisschen attraktiver gestalten, aber letztendlich soll es so bleiben, wie es ist. Und auch eintrittsmäßig. Man kann jetzt nicht hingehen, kann hier ein wunderbares Warmwasserbad machen mit Rutsch und allem, da fehlt das Geld. Das macht auch keinen Sinn. Der Eintritt würde dann von einem Euro auf sechs, sieben, acht Euro gehen und das macht überhaupt keinen Sinn für unsere Leute hier in der Region. Wie möchten Sie diese Aufgaben lösen? Das Thema mit den Arbeitsplätzen und der Abwanderung der Industrie aus der Verbandsgemeinde kann nur gelöst werden in Verbindung mit dem Stadtbürgermeister von Rothalben und dem Oberbürgermeister der Stadt Pirmasens, dass man endlich die Lösung für das Grünbühl mal angeht und das nicht, wie geschehen, seit Jahren auf die lange Bank schiebt. Dass das ein Thema ist, das nicht von jetzt nach entschieden werden kann, ist auch klar, aber man muss es hier endgültig mal richtig anstoßen. In der Vergangenheit, meiner Meinung nach, wurde das nicht richtig gemacht. Wir haben den Gräfensteiner Park in Winschweiler, ist auch so ein Fleck. Hier muss auch richtig was gemacht werden. Die Filetstückchen sind ja fast alle verkauft. Das war klar, das war einfach, dafür muss ich kein Makler sein. Was jetzt fehlt, ist ein richtiges Konzept für das ganze Gebiet. Wenn ich sehe, dass da angeblich ein Reiterhof oder ein Hotel gebaut werden sollte, da ist nichts passiert. Hier auch wieder natürlich nur mit dem Ortsbürgermeister zusammen etwas entwickeln, dass man sagt, Leute, wo können wir sinnvoll für die Ortsgemeinde Münchweiler was machen. Tourismus, habe ich vorhin ja schon gesagt, geht nur mit der Gastronomie und geht nur mit den Bürgermeistern an einem Tisch. Ansonsten, Insellösungen bringen uns überhaupt nicht weiter. Wir haben sehr viele Sehenswürdigkeiten, aber wir müssen das miteinander vernetzen, miteinander verbinden. Wir haben mit Münchweiler und in Rotalm zwei Bahnhöfe, wunderbar. Das heißt, wir könnten auch Leute von außerhalb ansprechen. Nur, wie gesagt, es fehlt ein Konzept für eine Woche oder für zwei Wochen Urlaub. Wir müssen unterscheiden dann auch zwischen den Tagestouristen. Und eben den richtigen Urlaubern. Bei den Tagestouristen ist es natürlich so, auch hier wieder muss man die Gastronomie angehen, dass die Leute auch die Möglichkeit haben, unter Tag irgendwo etwas zu essen. Sei es ein Stückchen Kuchen, Tasse Kaffee oder einfach nur einen kleinen Snack. Da fehlt es generell in der Verbandsgemeinde. Da ist Rotalm natürlich noch etwas besser aufgestellt, aber auch da gibt es ganz wenig Möglichkeiten. Hier muss angesetzt werden. Kann man vielleicht auch mal mit den Tourismusvereinen was machen. Muss man sehen. Bei den Schulen haben wir keine Möglichkeit eigentlich. Da müssen wir erwarten, was die Regierenden uns wieder vorsetzen. Das sind uns einfach die Hände gebunden. Auch Kindergärten ist ähnlich. Hier wird der Bedarf natürlich geregelt durch die Anzahl der Kinder, die jetzt in die Schule kommen. Was können wir sonst hier noch ändern? Wir können gucken, dass unsere Region hier nicht verspargelt wird. Dass wir die wirklich die Windräder weglassen. Wer einmal auf die Sigginger Höhe fährt oder blickt nach Hammersberg, dem müssen eigentlich die Augen drehen. Da ist ein Windrad neben dem anderen. Also wenn ich da gebaut hätte, würde ich versuchen, mein Haus zu verkaufen. Genau das wollen wir hier natürlich nicht. Wir haben den Felserwald, wir haben herrliche Waldwege und da darf kein Windrad hier stehen. Dafür werden wir kämpfen.